st der ist faul ein er hat eine halbe Stunde später angefangen als der andere mal gucken also der erste Mitarbeiter heißt Heldmut Unterholzer der zweite Klausur dann heute so ihr habt ja alle noch nichts in eurer Auslage drin was soll denn das das muss ich mal gerade hier gucken beim der deutsche ist gleich fertig der erste der erste schon 85 Prozent kann ich eigentlich jeden ansprechen von den Typen hier und mit denen irgendwie zu Pimpern ne du hast Pimpern hallo du hast auf der rechten Seite so etwas wie so ein Fernglas wenn du das anklickst an die Uhr also der erste Däute auch lange da haste die besten Kandidaten für Pups das kannst du einfach mit deinem und das ist ein blaues Zeichen der Kassel und er hat und nachher kannst du halt andere Sachen mit dem machen als dieser Plan wenn jetzt das Herz auch ein draufziehst wir haben mich vielleicht auch am besten gefällt oder so ähnlich oder wie auch immer da wusste es schon wieder meiner hin was macht er denn ja du machst dann was machst du mit deinem Charakter da meiner Hände irgendwie Thomas Jodlhose oh Daniel Aufschneider Thomas Nulliger Gildbert Irrweger Gio ja du wolltest doch unbedingt Deutsch haben ne ich wollte was im Verkaufslager ist der erste Deutsch drinne ja dann hol ich mir den gleich kleinen Moment der erste ist der zweite Deutsch drinne ja ich muss grad mein Geld ein bisschen zusammenhalten ich mach mir grad die meine ach die ist krank die hat ne Erkältung die Olle ich muss grad ein bisschen mit der quatschen und dann äh dann äh jetzt bin ich irgendwie ein bisschen oh Gott hab ich mein Ekelpaket geholt also ich komm gleich rüber ich hol mir da gleich ja der nächste der wird der dritte ist auch bald fertig ja 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 so so also drei Deutsche sind jetzt vorhanden für jeden von euch allen sehr gut dann komm ich gleich werde mir mal so ein Deutsch schnappen die Nordicke das so der Karre sie dann die in er war so Oh, danke für den Kauf. Ihr bemerkt einen herrlichen Druck. 165 kostet zum Dolch. Was geht eigentlich? Ja. Oh, in Augsburg sind die am teuersten. Was geht? Und in Zürich? Ah, ich könnte in neue Fähigkeiten gehen. Was nehme ich denn? Falschen, ja, ich bin falsch. Oh, der ist abgehauen. Ja? Ja. Hier wird es gar gefetzt. Der wurde gefetzt. Ja, das war einer, den ich umgarant habe. Thomas Jodlhauser, der kommt gleich zu mir. Oder? Geht sich hier an. Ah, jetzt wird es verkauft. Soll ich ihn besser in Ruhe lassen? Nö, Gott sei Dank. Ich habe versucht, dass er mir folgt oder sowas ähnliches. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Dann wird er gleich zu mir kommen, in meine Praxis, ja, und wird sich von mir verorzen lassen. Bist du Arzt? Ich bin Arzt. Ja, ich bin Arzt. Ich kann hier die Leute wieder zusammenflicken. Meine Arbeiter sind auch krass drauf. Über ein Feuer halten, die die ganzen Zeit, also die ganzen Metallteile einfach ohne Handschuhe oder so einfach ins Feuer rein. Ja, es ist noch richtig Männer hier. Ja. Die haben noch richtig Eier in der Hose. Aber keine Hände mehr. Aber keine Hände mehr. Eure Heilige. Dafür das eine oder andere aber nicht. Ich brauche mir die 10 Flasche. Nee, die kann ich ja noch gar nicht machen. Ach, mein Karin ist die ganze Zeit auf dem Markenplatz. Meine erste Ladung, die die Karin abgegeben hat, hat mir einfach so gut über Gott gefragt. Ähm, Star? Ja, da waren gerade mal 18, da waren noch nicht mal meine Deutsche dabei, da waren jetzt nur die Kackzeuge dabei, die ich selbst provisiert hatte. So, Star? Ja? Hast du Weizen oder Wolle? Ich hab Weizen, ja. Ich komm mal zu dir. Der Karin knarrt. Tastatur-Raudi. Juhu. Aber richtiger Tastatur-Raudi. Nimm mal das Mikro von der Tastatur weg. Äh, da. Der wahre Humano. Die mag mich schon mal ganz gut, das ist schon mal toll. Äh... Wo ist denn jetzt hier meine, die ich umworben hab? Der Karin knarrt. Hier, ich, äh... Kannst du mal ein bisschen Weizen bei dir ins Lager tun? Ich kauf dir dann was ab. Boah, Iceman, du haust in die Tasten. Das ist ganz sanft. Ganz sanft. Die streiten meine Tastatur schon. Ich bin hier vor das übliche Klackere. Also ich kauf dir so, äh, ich kauf dir so, äh, ja, die komm ich dir alle mal ab. Was brauche ich jetzt überhaupt noch an Rohstoffe nun? Ja, ich brauche wieder Eisen. Das war auch schon wieder alles weg, ey. Bin schon unterwegs. So. Ich hab' ich aber... Ich hab' ich aber... 75 EP, bin ich 112. Ja. Und neue Stadtrechte hinzu. Zack, jetzt die ganzen, da kann man nur arbeiten. Oh, es regnet ja, das ist doof. Ich hab' mein jetzt die ganze Zeit rumzurrzen lassen. Allee, ich hab' mein Mann Hand schufzen lassen. Ja, ich hab' meinen Mann Hand schufzen lassen. Ja. Ja. Das ist doch die einzige Mine. Aber ging's, finde ich sie gerade nicht. Und jetzt... Alter. So, hat er kackt und angeflogen. Wo ist die denn jetzt hin? Hast du denn schon was Eisen da? Ja. Super. hinterher. So. Die haben danach gar nicht gearbeitet? Ne, die haben dann bestimmte Uhrzeit aufzuarbeiten. Ja. Ja. Bei mir habt Schwein dran zu... Ja, die sind faul. Das richtig mies ist, da hat sich neben mir doch grad so ne Kirsche breitgemacht. Neben dir? Oh, direkt neben mir. Ja. Und die wird auch direkt wieder verkauft. Was soll denn das da für ein Spann? Ja, die Stadt ist auch größer geworden, ne? Ja, die hat... die ist jetzt so stappt... erinnert worden. Wie war das nochmal, ähm, wie kann ich eine nochmal umgaren? Die Rechtsprechung wurde geändert. Umgaren? Also du musst zum Beispiel... Du? Muss ich mit meinem Charakter in die Mine reingehen, damit ich was kaufen kann? Ne, du musst mit deinem Wagen da rein, ne? Ah, okay. Äh, es steht da davor, aber ich kann irgendwie nichts machen hier. Inventar öffnen. Also du musst auf das... du musst auf das Gebäude klicken und dann aufs Lager vom Gebäude. Ja, der wird bei mir nicht angezeigt. Nein? Oh, ich glaub ich hab die Brüste viel zu groß gemacht, der kann sich ja kaum bewegen. Noll. Noll. Du bist jetzt an der Mine, ne? Wie eine tiefe Schlacht, ne? Tiefer Schacht. Genau. Ja. Ist jetzt doppelt drauf, klicke dann... Ne, ne, du musst auf das Gebäude klicken und dann hast du unten ganz unten links und X und ein Lager. Lager da, ja, ja. Da kannst du dann die Sachen... Moment, Silber, Gold, Edelstein. Ich brauch aber Eisen. Ja, Bella hat noch kein Eisen. Du musst Eisen, äh, abbauen. Ja, Eisen bräuchte ich, weil ich doch meinen... Ach, das ist Silber. Abelhorner. Ist deine... Gunter Sonderfall. Ey, ich glaub die Lieder ist Frau, einfach nur wegen dem Namen des Spiritus. Gunter Sonderfall als Frau wegen dem Namen. Hey, ist du wieder abgehauen? Was mach ich denn falsch? Wieso, du hast ja doch dann... Moment. So, komm jetzt. Hm. Die Rechtsprechung wurde geändert. Aha. Da ist die Möhrenhaus. Ah, ich grab jetzt eine von deinen, äh... Ne, gar nicht. Wollen nicht, irgendwie nicht. Wir möchten keinen Pups haben in der Familie. Was geht zum anderen? Die Schüler können ihre Patienten nicht behandeln. So, Meike hakt doch grad jetzt wieder eine... Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Mh, mh, mh. Mh, 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 mh. Kleinstadt. Jojo. Oh, hier gibt's nen Diebe. Was gibt's da? Diebe. Hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü. Hupsala. Ja, jetzt kommt's. So, Eisen ist in Arbeit? Ja, dankeschön. Mhm. Aber was heißt, ähm... Na, dann mal los. Willst du das nicht abbauen können? Da haben die noch frei. Ne, die sind noch nicht auf der Arbeit. Also wenn die, ähm... Die kommen bei dir zu ner gewissen Uhrzeit immer. Hm. Ja. Ich glaub, die kommen ab 8 Uhr morgens und bleiben bis 22 Uhr abends. Ich glaub, das ist von Beruf zu Beruf unterschiedlich. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. So, so. Interessant. Ich werd gleich... Meine Bauchdecke sind noch nicht da. Die Gurken immer noch in ihrem Bett rum. Ja. Meine ist nur noch am Pennen, die Gurken auch noch rum. Oh, ich glaub, ich darf frei machen, sehe ich gerade. Du kannst was? Was? Ich bin level 12.